So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, ein kleines Tutorial, weil ich bin fassungslos, wenn ich sehe, was auf Twitch gerade abgeht, was im Fanschat abgeht, was überall abgeht, ich raffe es nicht. Ich bin jetzt hier auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Pokémon GO, genauso wie es da stand. Offizieller Twitch-Kanal, war sogar verlinkt, alles dabei und unter dem Stream ist ein kleines Panel-Fenster gewesen mit einem Giveaway. Okay, genauso wie ich es im Infovideo angekündigt habe, genauso wie sie es auf ihrem Blog angekündigt haben, genauso wie man es gesehen hat. Du drückst da drauf, dann misst es deine Zeit, wie lange du den Stream schaust. Ihr seht, man muss den Stream nicht mal schauen. Ich habe da oben einen Fehler stehen, irgendein Plugin ist wohl nicht aktiv, keine Ahnung. Es hat jetzt gemessen, es ist bei 29 von 30 Minuten und dann müsste ich hier bei MyRewards einen Promocode erhalten, weil ich 30 Minuten lang auf dieser Seite sozusagen den Stream geguckt habe und mehr ist es nicht. Sie haben eine schöne Übersicht gemacht, haben gesagt, wie das funktioniert. Ich habe das mir angeguckt, ich habe mir das durchgelesen, ich habe euch das vorgestellt. Ich habe extra ein Video nochmal dazu gemacht, deswegen bitte das Video vor dem Wochenende schauen, dass ihr wisst, dass es am Freitag und am Samstag zwei Streams gibt auf Twitch und aus jedem Stream könnt ihr so einen Promocode rausziehen, der nur einmalig einlösbar ist. Also bringt es nichts, wenn ich jetzt mir einen gebe und den irgendwo teile. Der ist dann inaktiv, den kann man nur einmal einlösen. Jeder muss sein, selber einlösen. Mehr ist es nicht. Ihr müsst nicht mal die halbe Stunde den Stream schauen. Ihr könnt auch so lange in die Wanne gehen, ihr könnt einkaufen gehen. Ihr müsst einfach nur die Seite offen haben und dann funktioniert das. Jetzt steht hier da Claim Reward. Ich drücke einmal hier drauf und habe jetzt hier meinen Promocode. Ich kann hier drücken. Da ist er kopiert. Den schicke ich mir jetzt in einem Facebook-Gespräch an mein Handy. Und im Handy, im Spiel gebe ich den dann ein. Und dann habe ich diese Forschung. Und das ist alles. Und das Ding ist, die Codes halten bis zum 20. August, glaube ich. Heute ist der 11.8. Bis zum 20. kann man die einlösen. Ich verstehe nicht, wieso es keiner checkt, wieso das so kompliziert ist. Der ganze Chat hier drüben ist voll. Die drehen alle durch. Wo sind die Codes? Ist der Code angepinnt? Wann gibt es die Codes? Können wir die Codes rausgeben? Funktioniert nichts hin und her. Ich sehe keine Codes. Also entweder haben die alle kein Twitch-Konto. Oder sie haben alle nicht auf das Panel gedrückt. Oder es ist sonst was. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Auch im Fanschal die Leute. Hä? Hä? Und noch mehr Hä? Überall. Es gibt ein paar Leute, die haben es gecheckt. Und es war nicht so schwer. Und wer so wie... Das ist ein Twitch-Stream. Und Twitch gibt euch die Codes. Wenn ihr kein Twitch-Konto habt, mein Gott, dann habt ihr halt keins. Wenn ihr eh ein Twitch-Konto habt, dann könnt ihr zwei gratis Forschungen mitnehmen, wo es auch eine Top-Lade-TM gibt. Und ansonsten kann man sich ja jederzeit einfach ein Twitch-Konto machen. Das dauert halt fünf Sekunden oder so ungefähr. Und das war es dann. Also dann macht das halt. Macht das halt oder macht es nicht. Oder Adi, Schatz, was machst du da? Adi macht auch schon wieder irgendwas kaputt. Adi, immer am Randalieren. Jetzt wollte ich das gar ganz anders machen. Jetzt muss ich es aber so machen. Und das muss ich jetzt irgendwie irgendwo reinschneiden, damit ihr seht. Und in dem nächsten Stream, am zweiten Tag vom Go-Fest, kann man auch wieder auf das Giveaway drücken und einen anderen Code für seinen Account kriegen, dass man zwei verschiedene Forschungen hat. Und das ist die ganze Geschichte. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Ich habe keine einzige Sekunde von dem Stream geschaut, weil es hier Netzwerkfehler gab. Aber als ich hier unten drauf gedrückt habe, Switch-ID teilen unter dem Stream auf dem Panel, hat es schnurstracks diese halbe Stunde gezählt. Das kann jeder machen. Das ist nicht kompliziert. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.